Hallo, wir sind vom Jugenddruckreiz, wir sind hier in Tulln bei der Jugendtage 2017 und wir sind 50 Jugendliche aus allen Winkeln von Österreich. Das Essen ist sehr gut und es gibt eine große Auswahl. Die Vorträge sind wirklich echt cool, weil sie mit Spielen verbunden sind und erstens man lernt daraus aus und es macht Spaß. Das Team ist mega lieb, es begleitet uns durch die Woche und wir haben unglaublich viel Spaß. Bei Royal Newton haben wir schon sehr viele nette Leute kennengelernt und ich hoffe, wir werden sie noch länger begleiten können in den nächsten Jahren.